faszinierend ja das ist richtig spannend hier also wir haben nur wald willkommen beim wald lp das ist ein baum das ist auch ein baum und das hier ist ein baum meine güte aber warte mal hier ist wieder hier brennt noch da hier brennt der dings der wald ja vorhin habe ich doch zu dir gesagt hier brennt irgendwas das ist ein schwein auf dem baum ja vielleicht bist ja richtig ist irgendwie immer das gegenteil von dem was ich sage schauen ob ich richtig bin in der nähe vom zuhause ist irgendwo eine fliegende insel so eine kleine vom baum hier fallen kuhschubser wird alles protokolliert gerade merkst du alles was du machst ich kümmer mich nur ums essen ich bin falsch sicher ich bin auch falsch wir hatten noch mehr tannen bei uns komisch jetzt fangen wir die tannen an ey ich treine noch durch ist halt ein mischwald ne also bei mir kommt kein strand keine ich laufe schon ewigkeiten die richtung sterben möchte ich jetzt auch nicht wir hätten vielleicht die koordinaten vorhin einfach abschreiben sollen aber hier gibt es ja nicht so eine befehle wie tp haum tp haum tp haum oder so oh 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 ne das ist die nicht schade ich finde auch nie was gutes und irgendwie verlaufe ich mich immer immer Mist ey komm ja was warst du mir bekannt vorher so viele bäume habe ich irgendwie schon mal gesehen hm könnte man schon fast hier ein neues Haus bauen ey boah ich hab Wasser gefunden aber wir hatten auch zuhause viele Sachen so jup oh ich glaube ich renne so schnell die Map generiert nicht mehr so schnell nach lol ich glaube ich renne völlig falsch weil irgendwie ist hier wenn ich das denn richtig gesehen hatte Sumpf oh das ist ganz falsch ne ist doch kein Sumpf ok man kann sich ja auch mal irren oh ich fall in der und von den scheiß Baum runter ist das Eis? ne Schnee ich glaube jetzt bin ich wirklich für dich falsch ich glaube jetzt bin ich wirklich für dich falsch oh ich finde ebenen ohne bäume dann kann ich nur falsch sein na hier ist äh kein Baum nur Gras oh das ist falsch jup Riesenberge finde ich gerade alter Schwede ist gleich Nacht hm das passt mir gar nicht ne mir auch nicht so wirklich ich tp mich mal zu dir geht das gerade? ja bei dir sieht es auch nicht wirklich nach zuhause aus ne was wollen wir jetzt machen? entweder ein neues Haus bauen oder weiter suchen das weitersuchen kann für ja noch stunden dauern ne? hm ich weiß bist du da hinten schon gewesen? warte mal da sind diese bäume die wir sonst auch hatten hm 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 nicht direkt was nicht direkt hm eine Baumfalle Hilfe aber wir haben doch kein Wasser überquert und einen kleinen Fluss hat ihn überquert einen kleinen Fluss hat ihn überquert Tom hier hast du keine anderen Hobbys das ist ist jemand anders ich hab keinen Hunger hm 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 ich glaub wir hätten irgendwie so Fackeln platzieren sollen den ganzen Weg lang hm wir sind aber auch im falschen Ausgang raus aus der Höhle ja 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 das war der falsche Ausgang ja besser besser jetzt gar keiner Linderman ach komm schon ich will nach Hause was ist das denn? das sieht auch cool aus hm hm es geht leider als mich in Ruhe ich glaub das haben wir hier ist aber total falsch glaub ich auch ich bin schwerer Mischwald Creeper nein brauch ich nicht es war der Creeper hundertprozentig äh schaut auch nicht zuhause aus nein das ist nicht zuhause ja man kann sie nur zu Spielern teleportieren gibt's hier noch andere Befehle Schwierigkeit Effekt Chance äh gif help kill me haha kill me play sound Geräusche das ist doch nicht wahr jetzt sag nicht man kommt die überhaupt nicht mehr nach Hause du assi Skelett geh weg hast du keine Freunde oder so Pfff meine Fresse ich war nicht mehr fertig mit oh Sad World Spawn 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 Point LOL cool und du? also wir hätten einsetzen können haben es aber nicht getan ja ich glaube oh was haut mich jetzt vom Baum runter lass mich doch mal in Ruhe du Spinne du wirst auch von so einem pädophilen Spinn verfolgt ähm gar nicht eigentlich ich hab immer meine Ruhe ich muss wahrscheinlich mein Skin ändern oder so ähm hm hier ist Wolle nein ich sterbe nein doch vier hat es noch weil mich ja drei penetrante ähm Skelette die ganze Zeit foltern müssen sagen wir es mal so scheiße das nervt mich gerade jub mich auch das schaut hier schon eher aus wie zuhause geh weg Skelett stirb oooh lass mich in Ruhe nein hier bin ich hier bin ich total falsch was für ein assi Skelett ey schießt mich auf ich bin ich bin ich bin der Wüste ist da auch ein Haus Höh ich sterbe also ich bin zumindest schon mal in der Wüste das ist schon mal gut ja es gibt viele Wüsten sag mal so Alter wie viele Viecher kommen denn hier noch in der Wüste sind es die meisten hm ich seh das drei Skelette wollt ihr mich verarschen ich hab vier Spinnen am Arsch kleben dann würd ich mal zum Doktor gehen Höh das sieht soo stark nach zuhause hier aus wegen dem ganzen komischen Nadel Wald hier im Endeffekt laufe ich wahrscheinlich ja total falsch also ich bin falsch also ich bin falsch falsche Wüste ja ja ok mhm wow wow oh Skelett lasst mich in Ruhe ach du kack ach du scheiß ich hab nur noch zwei Herzen vier und ich hab auch die Wüste erreicht Puh Glück cool wenn du schon Glück hattest dann werde ich sterben ich muss mich ja schon von Gammfleisch ernähren aber ich muss mal sagen jetzt hab ich ein schönes Zuhause gefunden für uns sicher? ich glaub ich hab einen Spawner gefunden ja ich hab einen Spawner gefunden ey hier ist viel chilliger hier ist keine Wüste und so hier ist Grünland ich glaub ich tp mich immer gleich mal tp dich mal bitte warte hier ist ein Dungeon ja boah aber beeil dich und lauf äh weil hier ist ziemlich viel Action ja wenn nicht müssen wir uns einfach neu aufbauen halt hoch was Nudus ich hab hoch gebaut schön brauchst du was zum hochbauen? nö ich hab was ok bau dich mal hoch und schau dich mal um was du davon hält äh neuuuun hinter dir hinter dir nein stupi p shit ich brenne shit ich brenne